Herzlich Willkommen hier bei der Schüsseler Welding Solution GmbH in Hamburg. Wir haben seit 2018 ungefähr 20 Sonderprojekte umgesetzt, davon den größten Teil mit Robotertechnik. So ein Roboter ist ja in der Lage reproduzierbar in immer gleichbleibender Qualität so eine Naht zu erzeugen, was natürlich beim Schweißer schwierig ist, über eine Dauer von acht Stunden pro Schicht eben immer gleichbleibende Qualität an Naht herzustellen. Wir können durch diesen Cobot gewährleisten, dass wir einen höheren Output erzielen mit diesem System, weil wir eben schneller schweißen können. Ich habe kurze Inbetriebnahmezeiten, weil ich zum einen das Programmieren sehr, sehr schnell durchführen kann. Während des Schweißens kann ich schon Parameter optimieren, sodass ich nach zwei, drei Teilen auf jeden Fall schon in der Lage bin, das bestmögliche Ergebnis für die Nahtgeometrie zu erzeugen. Es kann im Prinzip jeder so eine Schweißnaht programmieren. Ich kann mit dem Ju von Ruanda in Verbindung mit dem Lorch-Schweißgerät oder mit Nafronius alle Nahtbiometrien erzeugen. Es gibt spezielle Lichtbögen, die eben auch eine Steigenaht, eine Fallnaht, eine Überkopfnaht zulassen, sodass man alles, was sich auch von Hand schweißen kann, auch mit dem Roboter zum guten Ergebnis führt. – Ich bin auf, als wäre es ein paar이지leg руства. – Ich bin vom R Apport. – Ich bin auf, als wäre es ein paar, wenn er bei den